Hallo, wir sind jetzt gerade in Bonn. Heute findet ein Trauermarsch statt für einen verstorbenen Imam. Zwei Stunden zu spät. Wir warten jetzt nochmal. Aktuell sitzen die Herrschaften noch und es dauert noch. Wir warten. Musik Musik Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Untertitelung. BR 2018 Ich bin jetzt schon auf dem Nachhauseweg. Ihr hört es wahrscheinlich immer noch. Das Ganze geht noch eine ganze Weile weiter so. Ich stand da jetzt bestimmt eine gute Stunde. Und mir ist wirklich schlecht. Diese heftigen Schläge. Und die Männer alle blau. Es ist übel. Also ich gehe jetzt erst mal nach Hause. Verdaue diesen Schock, dass das mitten in Bonn stattfindet. Was meinte Merkel, dass, als sie davon sprach, der Islam gehört zu Deutschland? Dass Männer sich in der Innenstadt von Bonn selbst geißeln? Dass Kinder mittendrin stehen, weinen, aber weitermachen? Und dass Frauen in letzter Reihe, in Grüppchen, in Burka stehen? Ja. Genau das meinte Merkel damit, als sie sagte, der Islam gehört zu Deutschland. Und wie sagte Katrin Göring-Eckardt von den Grünen? Deutschland wird sich verändern und ich freue mich drauf. Vielen Dank.